hallo liebe fabela gaming zuschauer hier ist fabian mit dem dritten und finalen teil von wo ist sie bleib ruhig liebling ich kann die sirenen hören die polizei ist unterwegs warum kann ich sie nicht hören nichts macht mir einen sinn konzentrier dich einfach darauf auf dich aufzupassen wo ist jessica im haus ich kann sie schreien hören sie sagt nur immer und immer wieder wo ist sie ich lasse nicht zu dass sie sich das baby wiederholt mom sie ist meine schwester fehler hin oder her ich bin gerade aus dem taxi gestiegen ich betrete jetzt die anlage tiffany nimm das telefon ab warum antwortest du nicht ich kann jetzt reden tiffany ich bin hier gott sei dank ich dachte schon das klingelnde telefon hat dem baby angst gemacht sie hat wieder angefangen zu schreien und jessica ist nach draußen gekommen ich bin weiter in den wald gerannt ich verstecke mich im gebüsch beim sweetheart see aber ich glaube sie verfolgt uns sweetheart see wir haben dort immer als familie picknick gemacht bist du hier ich habe angst dass das baby wieder anfängt zu schreien wenn ich mich hier weg bewege jessica kommt immer näher ich aber auch mein gott dieser wald bürgt so viele erinnerungen mom jetzt ist nicht die zeit in erinnerungen zu schwelgen wo ist die polizei wo ist dad und wo bist du bald mein schatz bald ich rufe jetzt dad an und dann rufe ich die polizei mir reicht es jetzt dein vater wird nicht ans telefon gehen ich versuche es trotzdem bleib dran zwei minuten später mom ich habe gerade dad angerufen sein handy war in den baby decken versteckt und es ist voller blut wirf es in den see oder warte bis ich da bin dann mache ich es warum sollte ich das tun mom warum ist da blut auf der zähne die du musst das telefon loswerden tiffany nein ich mache mir sorgen was wenn der etwas zugestoßen ist dad 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 ist das alles was dich kümmert was ist mit mir ich bin hier das opfer mom du machst mir angst ich sehe mir mal der zähne die an vielleicht kann ich rausfinden was mit ihm passiert ist sie dir das telefon nicht an ich komme näher ich glaube ich sehe jessica ich lese gerade die unterhaltung die du heute mit dad hattest er verlässt dich er liebt jessica dein vater war ein dummkopf er kann die streitereien nicht mehr ertragen er sagt du hättest dich verändert mom warum hast du mich angelogen weil all das nichts mit dir zu tun hat dein vater hat einen fehler gemacht warum sprichst du in der vergangenheit oh mein gott da ist ein anderer text den er an mich geschrieben hat der nicht abgeschickt wurde da steht es tut ihm leid dass er die familie nicht zusammenhalten kann dass er glaubt dass etwas mit dir nicht stimmt er wollte mich so schnell wie möglich treffen um alles zu erklären er wollte dass ich heute nicht nach hause gehe er sagte du könntest gefährlich sein gefährlich er betrügt mich und besitzt dann noch die dreistigkeit mich zu beschimpfen er war wirklich ein idiot wo ist dad mom was hast du mit ihm gemacht ich wollte dich wirklich aus all dem heraushalten tiffen nie aber ich schätze es ist zu spät wo ist dad dad ist im keller ich habe dir gesagt du sollst nicht dort runter gehen oder gott er war solch ein idiot eine affäre kannst du dir das vorstellen nach allem was ich für ihn getan habe damit konnte ich ihn nicht durchkommen lassen ich habe ihn getötet als er dir gerade diese nachricht geschrieben hat scheinbar ist er nicht sofort gestorben wenn er noch die zeit hatte das handy in den decken zu verstecken muss passiert sein als ich gerade das blut vom messer abgewaschen habe aber er hat es verdient mein schatz er hat mich zum narren gehalten unsere ehe verspottet und jetzt lass uns das handy und das baby zusammen in den see werfen dann gehen wir zurück und entsorgen dads leiche tiffen nie und liebling ich kann dich im gebüsch sehen du kannst dich nicht vor mami verstecken drei tage später heitet es fühlt sich ein bisschen verrückt an das hier zu machen wo ich doch weiß dass du mir nicht antworten kannst aber ich möchte auf deine nachricht antworten die die du nicht mehr absenden konntest es tut mir so leid was dir passiert ist und es tut mir so leid was man getan hat ich wünschte ich hätte dich irgendwie retten können ich weiß nicht wie das leben ohne euch weitergehen soll aber dad ich bin so enttäuscht dass du eine affäre hattest auch wenn du man nicht mehr geliebt hast es war nicht richtig egal es ist zu spät für solches bedauern ich bin gerade von moms beerdigung zurückgekommen ich wollte nicht gehen aber ich krieg einfach nicht die bilder von dieser nacht aus meinem kopf jessica hat mom kaltblütiger schossen und dann die waffe auf sich selbst gerichtet alles ist so schnell gegangen jessica war sie hat dich wirklich geliebt dad sie hat in dieser nacht nicht nach dem baby gesucht sie wollte nicht mehr weiterleben nachdem du fort warst sie wollte nur aus rache mom mit in den tod nehmen dem baby deiner tochter geht es gut ich werde ihr niemals etwas von all dem erzählen mach dir keine sorgen um sie sie ist meine schwester ich werde mich um sie kümmern ich habe sie sweetheart genannt das war also die geschichte wo ist sie ganz schön krasses finale wie ich finde aber schreibt eure meinung zur geschichte wie immer gerne in die kommentare und gibt einen daumen hoch wenn ihr weitere geschichten hören wollt würde mich sehr freuen wir sehen uns wieder in der nächsten geschichte und nicht vergessen montags ist hockt tag wo neue geschichten vorgestellt werden danke fürs zuschauen tschüss